Hier für mich als Kardiologe gibt es viele, viele verschiedene Aspekte. Letztlich ist es ja eine Patientin mit dem Leitsymptom Luftnot und verschiedene Begleiterkrankungen, Adipositas, COPD, Rhythmusstörungen, Niereninsuffizienz, also im Prinzip ein ganzes Potpourri, ein internistisches Polytrauma, wenn Sie so wollen. Und ich versuche mal ein bisschen hier meine Meinung, wie ich vorgehen würde, bei einer solchen Patientin mit Ihnen zu teilen. Ich denke, das Haupt- oder Leitsymptom Luftnot ist ja extrem verbreitet. Bei Ihnen als Hausärztin, bei mir als Kardiologe, da vergeht kein Tag, wo nicht irgendeine Patientin oder ein Patient mit dem Leitsymptom Luftnot kommt. Und es gibt ganz viele, hier nur eine kleine Auswahl an möglichen Erklärungen, über die wir reden müssen und um die wir uns letztlich kümmern müssen. Ich glaube, bevor wir das tun, ist es wichtig zu verstehen, dass das Leitsymptom Luftnot bei solchen Risikopatienten, und das ist die ja ohne Frage, das ist eine Patientin, die eine Reihe von Risikofaktoren mit sich trägt, zum Beispiel Bluthochdruck, zum Beispiel eine COPD, was auch die Ursache der Luftnot sein kann, dass wir verstehen müssen, dass das Leitsymptom Luftnot ein prognostisch sehr ungünstiges Symptom ist. Hier habe ich in meiner Arbeit mitgebracht, wo man Patienten untersucht hat, die für eine Stressuntersuchung ambulant untersucht wurden, verschiedene Studien, eine Meta-Analyse. Und hier hat man verglichen das Leitsymptom Angina pectoris versus das Leitsymptom Luftnot, was eigentlich prognostisch das ungünstigere Leitsymptom ist. Und was Sie sehen können auf der rechten Seite, Dyspnoe, das heißt also, dass wenn die Patienten kommen zur kardiologischen Abklärung und sagen, es ist nicht Angina, sondern ich kriege schlecht Luft, wenn ich mich belaste, wenn ich Treppen steige, etc., dass deren Sterblichkeitsrisiko ungefähr knapp dreifach erhöht ist gegenüber denjenigen, die mit dem Leitsymptom Angina pectoris kommen. Das heißt also, dieses La Polar, ja, die Patientin ist ein bisschen dick und hat COPD und deswegen hat die Luftnot, das ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Das können wir so nicht akzeptieren, sondern müssen tatsächlich überlegen, wo geht die Reise bei der Patientin hin, was könnten wir noch tun. Als Kardiologe denke ich natürlich immer bei Luftnot auch an, was ist die Ursache, könnte es nicht eine okkulte koronare Herzerkrankung sein. Also eine koronare Herzerkrankung, die durch wiederholte Ischämien zum Leitsymptom Luftnot beiträgt, über eine Erhöhung des sogenannten linksventrikulären entdiastolischen Drucks. Und dass das jetzt nicht ein ganz neues Konzept ist, habe ich Ihnen hier mal eine alte Arbeit, wirklich eine alte Arbeit mitgebracht von 1981. Wir wissen also schon seit über 40 Jahren von dem Zusammenhang zwischen Ischämie, koronare Herzerkrankung und Luftnot, sodass also wir unser Augenmerk neben all diesen anderen Dingen, die diese Patientin ja präsentiert, auch auf die Frage legen sollten, hat die Patientin womöglich eine koronare Herzerkrankung als Ursache ihrer Luftnot-Symptomatik. Gibt es Daten, die das unterstützen? Da gibt es eine Vielzahl von Daten, die das unterstützen, dass wir zumindest das mit in die Differenzialdiagnose einbeziehen müssen. Das ist eine große Studie, die an über 10.000 Patienten, die mit unklaren Symptomen unter dem Verdacht einer koronaren Herzerkrankung untersucht wurden, mittels CT-Untersuchung, hat man diese Patienten untersucht. Bei denen war eine koronare Herzerkrankung im Vorfeld nicht bekannt. Die Arbeit wurde eigentlich gemacht, um zu entscheiden, wie hoch ist denn die Prävalenz einer koronaren Herzerkrankung bei Diabetikern versus Nicht-Diabetikern. Ich zeige Ihnen mal die Daten, das kann kein Mensch lesen, deswegen vergrößere ich Ihnen das mal. Das sind Personen um ungefähr das 60. Lebensjahr herum. Und was Sie sehen können, ich finde das absolut bemerkenswert, ist Folgendes. Wenn Sie sich anschauen oben, wie viele Patienten von diesen Patienten im Alter von 60 Jahren, bei denen unklar ist, ist eine KAK vorhanden? Ja, nein, haben nur 28% einen Normalbefund. Nur ein Drittel haben einen Normalbefund. Und ein Drittel, 37% bei den Diabetikern und 27% bei den Nicht-Diabetikern haben eine obstruktive koronare Herzerkrankung. Wow. Und wenn Sie weiter unten schauen, dann sehen Sie Zweigefäßerkrankung, Two-Vessel oder Three-Vessel, Left-Main hier unten, sehen Sie, dass ungefähr 5 plus 7, also ungefähr 10% dieser Patienten eine wirklich relevante, schwere koronare Herzerkrankung haben, die uns unbekannt war. Das heißt also, die Prävalenz ist doch relativ hoch bei solchen Risikopatienten, sodass wir es mit im Kopf behalten müssen. Und noch eine dritte Untersuchung, die ich Ihnen mitgebracht habe, das sind autoptische Studien. Also hier wurden Patienten, verstorbene Patienten natürlich, autoptisch untersucht, um zu schauen, wie hoch ist denn wirklich jetzt nicht CT oder andere Ischämie-Diagnose, sondern autoptisch tatsächlich die Prävalenz von hochgradigen Stenosen oder koronaren Mehrgefäßerkrankungen, Diabetiker versus Nicht-Diabetiker. Aber wenn Sie sich nur die weiße Säule anschauen, da sind Nicht-Diabetikerinnen auf der rechten Seite ohne bekannten Diabetes mellitus. Und trotzdem sehen Sie, dass ungefähr 40% hochgradige Stenosen hatten und ungefähr 25% mehr Gefäßerkrankungen. Also ganz offensichtlich, der Elephant in the Room ist, hat die Patientin eine koronare Herzerkrankung als Ursache ihrer Luftnot-Symptomatik. Das ist etwas, was wir im Kopf behalten müssen und vielleicht nachher mal diskutieren, wie wir da weiter vorgehen könnten. Ist ja eine ältere, übergewichtige Patientin, sodass das nicht ganz trivial bei dieser Patientin ist, aber hätte prognostisch und klinische Bedeutung. Ein zweiter Aspekt, den Sie schon angesprochen haben, Frau Dentl, war ja, die Patientin hat eine COPD. Und auch bei den COPD-Patienten wissen wir, dass die COPD häufig vergesellschaftet ist mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit einer koronaren Herzerkrankung. Und hier gibt es mal eine Meta-Analyse, die das analysiert hat. Das relative Risiko ist zweifach höher bei COPD-Patienten im Vergleich zu Patientinnen und Patienten ohne COPD. Das liegt daran, dass die häufig ähnliche Risikofaktoren miteinander teilen, wie zum Beispiel natürlich das Rauchen und eine chronische Inflammation, also eine chronische Entzündung haben, die nicht nur die Lunge, sondern auch die Herzkranzgefäße schädigen kann. Also hier auch die COPD als schwere Erkrankung, die zu Luftnot führt, häufig im Konzert mit einer koronaren Herzerkrankung zusammen. Und das dritte, und darüber möchte ich ein bisschen ausführlicher sprechen, diese Patientin hat Luftnot und natürlich könnte die auch eine sogenannte diastolische Herzensuffizienz als Ursache haben. Dafür sprechen einige Befunde. Sie sehen hier aufgeführt die aktuelle Definition. Wir sprechen ja heute Neuhochdeutsch angliziert, HEF-REF und HEF-PEF, also Heart Failure with Reduced Ejection Fraction and Preserved Ejection Fraction. Früher hat man systolische Herzensuffizienz und diastolische Herzensuffizienz gesagt. Und Frau Dentschel, Sie haben ja sehr schön den Echo-Befund gezeigt, die Pumpfunktion, wenn Sie ganz nach rechts schauen, die linkswende Ejectionsfraktion war ja normal, 53 Prozent, glaube ich. Sodass, wenn wir über Herzensuffizienz sprechen, diese Patientin sicherlich eine HEF-PEF möglicherweise haben könnte. Und Sie sehen darunter erhöhte natriuretsche Peptide. Die Patientin hatte ja über 600 Picogramm pro Milliliter und mindestens ein Zusatzkriterium, zum Beispiel eine diastolische Dysfunktion. Das hatte die Patientin auch. Die hatte ein erhöhtes sogenanntes E-zu-E-Strichverhältnis von 16. Das ist ein Hinweis für eine sogenannte Entspannungs-Relaxationsstörung des Ventrikels. Sodass diese Patientin nach diesen Kriterien, zeige Ihnen gleich noch andere, tatsächlich eine diastolische Herzensuffizienz hat. Und wichtig ist zu verstehen, die diastolische Herzensuffizienz per se ist eine beschreibende Diagnose, die nichts über die Ursache dieser Herzerkrankung aussagt. Also Sie können eine koronare Herzerkrankung haben, die zu Luftnot führt. Und die Ursache ist einer HEF-PEF, also einer diastolischen Herzensuffizienz. Das ist deswegen wichtig, weil wir gelernt haben in den letzten zwei Jahren, wie wir das vielleicht optimal behandeln können, solche HEF-PEF-Patientinnen. Und diese Patientin ist ein gutes Beispiel. Übergewichtig, Luftnot, arterielle Hypertonie, ältere Dame. So sind ja viele unserer Patientinnen mit diastolischer Herzensuffizienz, sodass das Beispiel wirklich toll gewählt ist. So machen das die Kardiologen. Ich habe Ihnen das mal mitgebracht. Keine Angst, ich werde Ihnen das nicht im Detail erzählen. Aber es geht immer um funktionelle Parameter, um morphologische Parameter und um Laborparameter NT pro BNP oder BNP. Wenn es um die Diagnose der diastolischen Herzensuffizienz geht. Und Sie sehen hier, die Patientin hat einen großen linken Vorhof. Die hat eine diastolische Funktionsstörung und sie hat ein hohes NT pro BNP. Sodass diese Patientin sicher eine diastolische Herzensuffizienz hat, als Mitursache ihrer Luftnot. Sicherlich nicht die einzige, aber als Mitursache ihrer Luftnot. Nun ist die Frage, wie behandeln wir das? Da gibt es aktuelle Leitlinien zur Behandlung der Herzinsuffizienz. Die habe ich Ihnen hier mitgebracht aus dem letzten Jahr. Und wir haben gelernt, dass die systolische Herzinsuffizienz ganz klar behandelt werden sollte, nach den Leitlinien und nach den Daten, die es gibt aus der Emperor Reduce und aus der DAPA-HF-Studie mit Emperglyphlozin und mit DAPA-Glyphlozin mit einem SGLT2-Inhibitor. Nun hat die Patientin aber keine systolische Herzensuffizienz, HEF-REF, sondern eine diastolische Herzensuffizienz. Und da gibt es zwei wirklich ganz aktuelle Studien, die ich Ihnen ganz kurz vorstellen möchte, weil ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren das Bild, das klinische Bild der HEF-PEF tatsächlich behandeln werden, auch mit SGLT2-Inhibitoren. Die erste Studie, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist die Emperor Preserved-Studie. Die Emperor Preserved-Studie war eine HEF-PEF-Studie mit Emperglyphlozin, also einem SGLT2-Inhibitor. Ich lese Ihnen das jetzt hier nicht im Einzelnen vor. Das sind genau solche Patienten. Erhaltende linksrende Pumpfunktion, Symptome, erhöhtes NT-ProBNP. Diese Patienten wurden mit Emperglyphlozin behandelt und es zeigte sich tatsächlich eine deutliche Risikoreduktion für den kombinierten Endpunkt. Das ist die Aufnahme wegen Herzensuffizienz, kardiovaskulärer Tod. Und Sie sehen die unten, die grüne Linie, also eine deutliche Risikoreduktion. Sodass das hier etwas ist, was wir im Kopf behalten müssen bei HEF-PEF-SGLT2-Inhibitoren. Und dann hatte ich Ihnen gesagt, es gibt noch eine zweite Studie und das ist die ganz aktuelle Studie, die ist dieses Jahr veröffentlicht worden. Also wir sind hier wirklich am Puls der Zeit mit Dapaglyphlozin, die sogenannte Deliver-Studie, ganz ähnliches Studiendesign. Und was wirklich bemerkenswert ist bei der Therapie mit dem SGLT2-Inhibitor bei Herzensuffizienz ist, Sie geben 10 Milligramm von X oder Y und Sie müssen nicht titrieren, gar nichts, Sie geben das. Und deswegen sehen Sie, das ist eine wirklich ganz simpel aufgebaute Studie. Wir nehmen wieder Menschen mit einer diastolischen Herzensuffizienz, mit einem erhöhten Entipro-BNP, behandeln die mit Dapaglyphlozin und gucken, was passiert. Endpunkte sind Reduktion der Hospitalisierung, kardiovaskulärer Tod. Was waren das für Patienten? Das mache ich ganz kurz. Ältere Damen, das sind ältere Patienten, 71, 72 Jahre. Sie sehen, ungefähr jede zweite war ein, hat ein weibliches Gesicht, war eine Frau und die Ejektionsfraktion 54 Prozent am Anfang. Patienten waren alle, wie unsere Patientin, symptomatisch. Erhöhtes BNT pro BNP um die 700, bei Vorhooflimmern deutlich höher und gut behandelt. Sie sehen das unten, häufig auch eine eingeschränkte Nierenfunktion. Im Übrigen auch wie bei dieser Patientin, die ja eine Kreatinin-Klierensetzung zum Schluss von 38 Milliliter pro Minute hatte. Also Patienten hier analysiert, so wie wir sie kennen und was eigentlich ganz gut passt zu der Patientin, die wir gerade vorgestellt haben. Auch in der Deliver-Studie wurde der kombinierte Endpunkt Verschlechterung der Herzensuffizienz oder kardiovaskulärer Tod signifikant reduziert. Und was bemerkenswert ist, sowohl für das Empaglyphlozin als auch für das Dapaglyphlozin, Sie sehen, ganz früh gehen die Kurven auseinander. Sie sehen, wenn Sie hier unten links gucken, innerhalb der ersten Monate, wie bei den Studien mit der systolischen Herzenssuffizienz, gehen die Studien auseinander. Also wirklich ein Medikament, was die Belastbarkeit der Patienten verbessert, die Herzenssuffizienz, Hospitalisierung und das nur als Überblick. Gibt es Untergruppen, die besonders profitieren oder anders gesagt, die gar nicht davon profitieren. Und das ist nicht der Fall. Sie sehen, alle Schätzer sind auf der linken Seite. Also egal, wo Sie hingucken, welches Alter, was für Patienten das waren. Sie sehen, es ist tatsächlich auf der linken Seite. Wir haben hier einen Vorteil der Behandlung mit dem Dapaglyphlozin. Und hier auch nochmal präspezifizierte Subgruppen nach EF, nach Verbesserter und so weiter. Alles auf der linken Seite, sodass wir relativ sicher sagen können, das Dapaglyphlozin ist für solche Patienten sicherlich geeignet, auch wenn es im Moment noch nicht zugelassen ist. Das ist wichtig bei der Therapie, die wir machen. Es gibt Verbesserungen, Hinweise für die Verbesserung der Lebensqualität. Wir Kardiologen reden ja immer über kardiovaskuläre Endpunkte und Sterblichkeit und so weiter. Aber letztlich, was die Patientin, Sie als Hausärztin, natürlich auch mich interessiert, ist denn die Belastbarkeit besser, ist die Lebensqualität besser. Und auch das, das sieht man hier, das ist so ein Kardiomyopathie-Lebensqualitätsscore, wird unter der Behandlung mit dem Dapaglyphlozin besser. Je mehr Punkte, desto besser ist die Lebensqualität. Also spricht alles dafür, bei solchen Patienten über eine Therapie mit einem SGLT2-Inhibitor nachzudenken. Nun hatte ich gesagt, und dann komme ich zum Ende meines Vortrags, das Dapaglyphlozin wurde ja analysiert für Patienten mit HEF-REF, systolischer Herzenssuffizienz, und HEF-PEF, die Lifferstudie, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und jetzt war die Frage, wenn man diese Patienten alle zusammen nimmt, die ja als Oberbegriff alle eine symptomatische Herzenssuffizienz haben, was passiert denn mit den kardiovaskulären Endpunkten, insbesondere zum Beispiel mit dem kardiovaskulären Tod. Und das ist hier nochmal zusammengefasst, also Patienten im besten Alter, 65 Jahre, die Patienten mit einer HEF-PEF, 75 Jahre ist auch typisch, die sind immer älter. Und wenn man sich jetzt anschaut, kardiovaskulärer Tod, dann sehen wir, dass die Therapie mit Dapaglyphlozin in dieser Meta-Analyse für Patienten mit symptomatischer Herzenssuffizienz tatsächlich den kardiovaskulären Tod signifikant gesenkt hat und auch die Hospitalisierung für Herzenssuffizienz. Also summa summarum haben wir, glaube ich, ein Medikament, was, also eine Klasse mit SGD2-Inhibitoren, aber hier mit dem Dapaglyphlozin ein Medikament, was nicht nur die Symptomatik, die Hospitalisierung für Herzenssuffizienz, sondern sogar auch die Gesamtmortalität signifikant reduziert. Damit komme ich zum Ende meines Vortrags. Und ich glaube, was wirklich wichtig ist zu verstehen, der Herzenssuffizienz ist eine schwere chronische Erkrankung. Sterblichkeit auch für die HF-PEF, sechs bis sieben Prozent pro Jahr. Das Dapaglyphlozin hatte ich Ihnen gezeigt, die reduziert unabhängig von der EF die Endpunkte für Herzenssuffizienz und verbessert die Prognose. Und ich glaube, wenn dann die Zulassung mal da ist für das Dapaglyphlozin, kann man sagen, dass unabhängig von der EF tatsächlich das Dapaglyphlozin diskutiert werden sollte. Im Moment hat das Empaglyphlozin die Indikation Behandlung der symptomatischen Herzenssuffizienz das muss man sich hier mitdenken. Aber ich denke, für das Dapaglyphlozin und da werden wir ja gleich noch dazu hören, spricht auch, dass die Patientin eine deutlich eingeschränkte Nierenfunktion hat und da hat das Dapaglyphlozin auch ganz tolle Daten. Also ich bin sehr, sehr froh, dass wir hier eine neue Medikamentenklasse haben für solche komplexen Patienten, die Sie gerade vorgestellt haben, Frau Dentschel. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.